Der arme Störwels tapft sich komplett dunkel und ich weiß nicht was ich mit ihm tun soll. Er isst, also ich sehe ihn gerade essen, aber er hat nicht mehr sein schön durchscheinendes braun und genauso sieht es mit dem Hexenwels aus. Also für Ideen jederzeit gerne. Ich glaube nicht, dass das noch ewig wird. Schade, dass man den nur so unscharf sieht. Sonst wie gesagt, außer dass er ganz dunkel ist, CINUX.